Uns eint die ständige Suche nach innerer Ruhe, Vitalität, Gesundheit und bewegenden Momenten. Heilwasser aus 1000 Meter Tiefe, verteilt auf 3000 Quadratmeter Wasserfläche, erwartet Sie in 17 Attraktions- und Entspannungsbecken, 365 Tage im Jahr. Erleben Sie die Heilkraft des Thermalwassers für Körper, Geist und Seele. Beginnen Sie Ihre Reise noch heute, am Ursprung von Kraft und Leben. In schwereloser Bewegung, in absoluter Entspannung, im perfekten Einklang. Tauchen Sie ein in ein vitalisierendes Thermenerlebnis. Definieren Sie den Begriff Erholung für Sie neu. Persönlich von unserem Team auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Exklusiv und in privater Atmosphäre. Finden Sie Ihre Entspannung in unserer Thermen- und Zaunawelt. In der Europa-Therme Bad Füssing.